Iberostar Fenizia Inmitten von ausgedehnten Gärten und einem privaten Sandstrand, nur fünf Kilometer vom Zentrum der Stadt Hamamed und ihrem Sporthafen entfernt, liegt das Iberostar Fenizia. Es ist ein Fünf-Sterne-Hotel mit elegantem Ambiente, ideal für einen Urlaub mit der Familie und für Sportbegeisterte. Diese fantastische Ferienanlage wurde kürzlich renoviert und verfügt über insgesamt 392 Zimmer und neun Suiten. Zu den Serviceleistungen des Hotels gehören zwei Konferenzräume mit Platz für 400 bzw. 100 Personen, Restaurants mit einem exquisiten kulinarischen Angebot, eine Snackbar, ein arabisches Café und ein Grillrestaurant am Strand. Die ausgedehnten Gartenanlagen enthalten ein Planschbecken für Kinder und zwei Swimmingpools für Erwachsene, von denen einer mit dem beheizten Pool für den Winter verbunden ist, sowie eine Liegewiese mit Sonnenliegen und Schirmen. Das Zimmerangebot im Iberostar Fenizia umfasst Doppelzimmer für eine oder zwei Personen, Junior-Suiten und Präsidenten-Suiten. Alle Zimmer sind voll ausgestattet mit kompletten Bad, Klimaanlage, Telefon, Satellitenfernsehen, Minibar, Safe und Balkon. Auch an Ihre Freizeit und Erholung haben wir im Iberostar Fenizia gedacht und bieten Ihnen ein umfangreiches Animationsprogramm bei Tag, unter anderem mit Aerobics, Beachvolleyball, Strandfußball, Bogenschießen, Wassergymnastik und Miniklub für Kinder sowie Unterhaltungsshows für den Abend. Darüber hinaus haben Sie bei uns eine große Auswahl an weiteren Sportarten wie Tennis auf fünf Sandplätzen und zwei Plätzen mit Hartbelag, Tischtennis, Minigolf, einen Reitclub und einen attraktiven Trainingsgolfplatz mit zwei Putting Greens, zwei Pitching Greens und Driving Range. Ebenfalls stehen Ihnen im Sommer Wassersportmöglichkeiten sowie ein Fitnesscenter mit türkischem Bad und Massage zur Verfügung. Iberostar Fenizia – erleben Sie hier Ihren schönsten Urlaub. 5-13 Uhr. 1、4 µ Grand Calendar des Subs自然es сл disturbed. 3,4 Euro. 5-18 Uhr.